Ja, heute ging es zum Impfen im Impfzentrum St. Pauli in Hamburg. Herr Dr. Sebastian Gräfer hat uns sehr gut beraten und wir haben uns unter anderem auch gegen Tollwut impfen lassen und gegen andere Krankheiten, die in der Region vorkommen, Hepatitis und so weiter. Ein kleiner Pieks und dann war es auch schon vorbei. Und jetzt freuen wir uns auf die Reise.